Musik Grüß euch! Wir, der Markus Hurmann und ich, der Günther Eisel, sind die Hornlehrer am Musikum. Wir mögen den weichen, sanftigen, aber auch den wilden, kraftvollen Klang. Drum spielen wir dieses wunderbare Blechblos-Instrument und unterrichten es auch. Musik Nahe verwandt mit dem Horn ist das Alphorn, ein sehr, sehr reizvolles Instrument. Musik Für uns ist sehr wichtig, den Klang genießen, Bilder, Gefühle, Empfindungen in die Musik einfließen zu lassen. Suchen, erforschen, spielerisch lernen. Musik Wenn ihr Freude an der Musik habt und dieses Instrument erlernen wollt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr zu uns kommt. Wir können gerne gemeinsam dieses Instrument erforschen. Musik 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 Musik